Hi, willkommen bei your adventure channel. Diesmal bei den fünf C's des Buschkraft und Survival sind wir immer noch bei Cutting Devices. Das letzte Mal habe ich euch das wichtigste Tool, das Messer, vorgestellt und heute stelle ich euch die Axt vor. Ich benutze hier eine Axt, die große Jagdaxt von Wetterling aus Schweden und die will ich euch jetzt zeigen und auch ein bisschen was zum Handling sagen. Ja, hier haben wir jetzt die Wetterlings große Jagdaxt. Da werdet ihr fragen, okay, warum jetzt gerade die Größe gewählt habe. Das hat seinen Grund, diese kleinen Campingbeile und so weiter könnt ihr eigentlich aus meiner Sicht vergessen und zwar deshalb, weil was ihr mit dem kleinen Beil machen könnt, da könnt ihr das meiste auch mit Bettoning, mit dem Jagdmesser noch erledigen. Hier die Größe, die bietet die Möglichkeit auch in größerem Maß Brennholz zu machen, Holz zu schlagen und ich kann sogar noch feine Schnitzarbeiten mit ausführen. Geliefert wird die Wetterlingsachs mit einer super Lederscheide als Schutz. Die ist wirklich hervorragend verarbeitet und aus dicken Leder und die Rasiermesser scharfe Schneide ist hier wirklich super geschützt und daher der Transport auch super möglich. Wenn ihr euch die Axt selber anschaut, die ist quasi erstens mal aus Spezialstahl, aus Kohlenstoffstahl handgeschmiedet. Hat hier hinten auch ein entsprechenden Ding, wo man noch hammern kann und so weiter. Wichtig bei ihrer Axt ist immer, dass ihr euch das Haus anschaut hier, dass die Axt mit dem Stiel da satt drin sitzt. Wenn das wackelt, dann die Axt nicht mehr benutzen, dann wird es nämlich lebensgefährlich. Die Schneide selber, die hat einen leicht konvexen Schnitt. Das bedeutet, ich kann die eben auch zum Schneiden einsetzen und nicht nur zum Holz hacken. Das ist auch ein Vorteil. Die Axt hier hat jetzt eine Länge von 50 cm und wiegt ein Kilo. Die ist handgeschmiedet, made in Schweden. Die wird schon rasiermesser scharf geliefert. Ja, der Stiel aus Hickory-Holz, das ist eigentlich so das beste Holz, was man für einen Axtstiel bekommen kann. Ja, und jetzt zeige ich euch das Ding mal noch in der Praxis. Wichtig hier bei Umgang mit Schneidgeräten generell, das gilt für das Messer, für die Säge und auch für die Axt, transportiert wird. Immer im Schutz. Stellt euch mal vor, ihr habt hier das Beil so offen und ihr stürzt und ihr fasst da rein. Ja, und das noch in der Natur draußen, das kann mit bösen, wenn nicht lebensgefährlichen Schnittverletzungen enden. Deshalb, nach Gebrauch, kommt sofort wieder der Schutz über die Klinge drüber. Das ist ganz entscheidend. Wichtig, wenn ihr an so einem Baum arbeitet, ja, da gibt es auch ein paar Sicherheitstricks. Ihr schlagt jetzt nie auf dieser Seite, wo eure Füße sind, weil ihr dann schon scheffenweil in eurem Fuß landet. Jetzt ist die Rinde zum Beispiel total nass und damit rutschig und da kann man gleich leicht abgleiten. Deshalb geht man erst auf der Fußabgewandten Seite vor und entastet da. Ja, das bedeutet hier nochmal, ich hacke jetzt nicht auf der Seite ab, wo mir die Axt in den Fuß schlagen kann, wenn sie abrutscht, sondern auf der gegenüberliegenden Seite und dann habe ich hier immer quasi Richtung meine Füße einen natürlichen Schutz und dann kann ich hier entasten. Ja, und wenn ihr Holz spaltet, egal wie groß, wichtig ist, wenn ihr im Stehen spaltet und die rutscht ab, dann schlagt ihr euch vielleicht auch in die Füße. Deshalb ist es gut, wenn ihr hinkniet, dann geht die Axt nämlich in den Boden, und nie mit den Händen halten, sonst ist der Daumen oder der Finger weg und immer ein Holz benutzen, um festzuhalten und dann könnt ihr spalten. Hier seht ihr jetzt auch kleinere Hölzer, da braucht ihr keine Axt, die könnt ihr auch hier mit Bettoning, einfach mit einem stabilen Messerspalten und dann geht es genauso. Ja, und bei den ganzen Arbeiten mit Schneidwerkzeugen nicht vergessen, das wichtigste, euer Erste-Hilfe-Paket. Ja, weil selbst bei vorsichtiger Arbeitsweise kann immer was passieren. Schnittverletzungen sind gerade, wenn man mit der Axt oder Messerarbeit oft stark blutend. Deshalb ist es auch wichtig, dass ihr euch auskennt, okay, wie kann ich so eine Blutung stillen über einen Druckverband und vor allem ihr habt das Material dazu auch dabei, also auch da immer dran denken. Noch ein kleiner Tipp, ich habe es euch ja schon bei meinem Hellachs-Rucksack gezeigt, auch hier der super günstige Jäger-Rucksack von der Bundeswehr, die haben hier hinter den Taschen Einschübe, die durchgehen und das ist immer super, um eine Axt hier gefahrlos und einfach zu transportieren, ohne dass man sie irgendwo festschnallen muss. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und auch hier, Dani, danke, für den Kameramann gibt es jetzt auch ein Käffchen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Hans, tschau! Bis zum nächsten Mal.